Jetzt nachher noch eine Rede von Photon, das ist er da, und zwar produziert er auch gerade für uns unsere eigene Hymne. Das heißt, wenn er mit dem Ding fertig ist, wird auf jeder Mahnwache in ganz Deutschland der gleiche Song spielen, wenn wir anfangen. Das wird der Hammer, Leute. Vielen Dank dafür. Wir steigern schon mal ein bisschen den Druck dafür. So, und dann noch eine ganz kleine Ausführung zum Frieden. Wir treffen uns hier, um für Frieden auf der Welt zu mahnen. Das ist eine Mahnung an die Welt, was wir hier machen. So nach dem Motto, guckt euch mal an, was hier auf dem Planeten gerade los ist, und wollt ihr wirklich, dass das so weitergeht? Vielen Dank.